GLEMMERMA! GLEMMERMA! Geo Glebonsai alias agent 003,5. GLEMMERMA! 3,5. Wie alt bist du nochmal? Wie groß? 1,49! 1,49? Mein Alter willst du nicht wissen. Wie alt bist du? Ich bin 31. Ach so ein alter Sack. Aber du... Alter Sack. 23,5 Stunden. Stell dich mal nur mit dem Größenvergleich, dass du mal seht wie groß er ist. Und ich schau mal her. Guck mal alles hin. Okay der hat geschummelt. Aber er ist wirklich nur 1,54. Nein! Aber mit der 49. Ach so okay. Ich kann mir nichts merken. Ach du den mag merken keinen. Und das ist deine... Was macht sie hier auf der CD? Das ist diese Frau. Wer ist das? Ceres? Als Ceres. Als Nachfolger von James Bond muss man ja so sagen... Wo hast du die aufgegabelt? Die geile Sau. Bond? Oh! Jetzt trittst du nicht mehr auf. Gell? Ich weiß es. Wo ist die hier? Sie ist eine... Eine Barschlapfer. Natürlich nicht Ceres. Du bist die göttlichste Bardame in unserem Ort wo ich herkomme. Woher kommst du? Woher kommst du? Auf Fulda. Auf Fulda. Ach so. Und dann gibt es eine Bar? Ja sowas ähnliches. Okay gut. Also ein Etablissement. Und wie groß ist sie denn? Weil die sieht ein bisschen größer aus als du. Ich glaube sie ist 1,93m. Ist das so? 92. 1,92m. Und das ohne Stöckel. Und mit Stöckel natürlich noch ein bisschen größer. Hier ist nochmal die CD. Das ist ja geil. Eins. Wenn du... Also sehen wir gleich. Die kommt ja gleich rein. Ja. Und bevor die... Okay jetzt noch eine Frage. Was hast du vor? Wohin soll es gehen? Sollen wir dir? Es wird irgendwann eine LP geben. Das ist jetzt alles im Gespräch. Und irgendwann gibt es auch eine Nachfolge-Single. Und jetzt müssen wir aber erst mal die da promoten. Und nochmal gucken hier. Schön. Okay müssen wir erstmal die mal... Also die haben wir jetzt schon gezeigt. Allersbrunner Agent 003 1,5. Was hast du vorher gemacht? Du hast vorhin glaube ich schon mal gesungen. Aber es interessiert keine Alte Sauber. Also den Klugschleck habe ich schon gemacht. Du singst jetzt mit einer Frau, die 1,93 groß ist. Und okay bist du bereit? Ich trag den Tisch bei raus. Das ist das Mikrofon. Und mein Name ist Churchill Bonsai. Und jetzt kommt meine aktuelle. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Oh Scheiße. Wieder alles rumgefallen. Aber heute habe ich es geschafft. Guckt mal an. Und da ist die Nummer den Größenvergleich. Komm mal schnell her. Wir brauchen Platz. Hi. Ich bin Frank. Grüß dich. Wahnsinn. Guckt euch sie mal an. Die Welt ist furchtbar schlecht. Nur einer hält sich für gerecht. Im Auftrag ihrer Majestät. Verballert er sein Schießgerät. Die Fenst zum Töten nennt man das. Ihm macht das Ganze auch noch Spaß. Doch jetzt komm ich, der Bonsai-Mann. Und zieh den Bons die Hosen lang. Ja, ich bin 003,5. Und mache 007 kalt. Nicht CIA, nicht KGB. Nur ich tue James so richtig weh. Ja, ich bin 003,5. Ich mache 007 kalt. Ich bin 007 kalt. Denn ich bin der Spezialagent. Mit dem jetzt jedes Bond gerennt. Von ein bisschen ganz leichtem Platz. Denn da versteht es keinen Spaß. Ich bin 003,5. Und mache 007 kalt. Ich bin 003,5. Und mache 007 kalt. Nicht CIA, nicht KGB. Nur ich tue James so richtig weh. Ja, ich bin 003,5. Ich mache 007 kalt. Denn ich bin der Spezialagent. Mit dem jetzt jedes Bond gerennt. Von ein bisschen ganz leichtem Platz. Denn da versteht er keinen Spaß. Ich bin 003,5. Ja, das war ja richtig lustig. Hallo. Dankeschön. Ein, zwei Leute. Könnt ihr mal kurz zusammenstellen, dass ihr auch nochmal den größten Unterschied seht von den beiden. Und ich mich links daneben. Oh, oh, oh. So. Oh, oh, oh. Na, hör auf, George. Es ist tierisch. Gut. Ah, und hier ist schon unsere Musik. Dankeschön. Das ist ja das für meine Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Seien wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Und das war er und das war sie. Wie sie heißt, ich hab's vergessen. Aber egal. Bis nächste Woche. Ja. 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 Ja.